Konoriano, warum tötest du schon wieder jemanden? Selka! Oh mein Gott, ich hab ihn fast... Oh... War er... Was? Hä? Nein! Hä? Hä? Ich geh jetzt sterben, Alter. Also WTF? Hä? Wow, du bist Geburt hast mit Traitor gesprochen. Also bist du eigentlich im Kopf ein Affe, Alter? So Leute, hier ist es der Maxi-Kanal GameCop und... Ich? Also alle, die nichts sagen, sind wohl grad... Alter, geht mir grad viel zu viel ab und wir spielen mal wieder eine Runde TTT auf der MapRust. Hier seht ihr kurz, wer alles dabei ist. Die können ja anscheinend teilweise nichts mehr sagen. Ich kann was sagen. Ja, ich auch. Ah, okay. Konoriano und... Ah, warum? Ich hör schon wieder Tote, Alter. Ja, Selka war's nicht. Was? Ich hab gedacht, Selka war's, weil... Was macht ihr für Sachen, Alter? ...umgeschossen hat man. Sorry, Selka, Alter. Wer ist denn noch am Leben? Ich leb noch. Okay. Und offenbar... Meik, lebst du noch? Meik, 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 dann ist es Markus. Warum bin ich das jetzt wieder? Natürlich bist du... Außerdem seh ich gerade Meiks Leiche, aber ich werd die nicht identifizieren. Mist. Das wollte ich doch so sehr. Bruh. Achso. Guter Move, Alter. Das war... Ich hab eigentlich erst mal No Target found und hab in der Luft dann Links und Rest... Nein! Ich hab in der Luft dann noch Link... Ich hab in der Luft dann noch Links und Rechtsklick gemacht, Alter. Das war grad ziemlich krass. Markus, ich hab dich auch zu dem Fall random gekillt. Deshalb hat mich einfach Skat Cap gekillt. Weil ich versteck mich da hinten in diesem Durchgang und kaufe mir eine Silent AWP. Im Traitor Shop auf einmal kommt der Skat Cut und knallt mir in den Kopf. Während ich am Kaufen bin. Ich hab gesehen, wie du den Heu am Auto... Ja, hast du bestimmt, Alter. Aber warum knall ich mich ab? Ja, hab ich gesehen. Ich hab mich einfach so im Vorbeigehen gekillt. Das war so voll mies. Ja, das war grad... Ne, ich fand's grad nur richtig lustig, wie ich so richtig hilflos da rumstehe. Und dann kommt der einfach so eiskalt und knallt mich ab. Und ich irgendwie so, ja... Es war mehr so lauwarm, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Übrigens wieder zwei Traitor für die Zuschauer. Falls ihr's noch nicht gecheckt habt. Ich bin einer davon. Ich bin zwei davon. Sicher? Okay. Jetzt haben wir auch immer zwei Traitor. Wer ist Heu? Ich bin der dritte von den zwei Traitern. Äh... Keine Ahnung, wer Markus ist. Er ist... Mike? Mike? Hab ich auch gehört. Warte. Mike? Mike? Heißen die so? Gibt's zwei? Es gibt ein Mike, ein Mike, ein Markus, ein Shimu, ein Konoriano, aka Hasim. Aka... Ein Yorgo, aber den... Warte, geh mal kurz weg. Geht mal kurz weg von mir, bitte. Danke. Und es gibt einen Celljok und das war's. Da wird jemand verfolgt. Ja, aber der... Der passierte grad zu wenig, ehrlich gesagt. Oh, Lein! Condoriano! Ich war hinter dir, Alter, ich war hinter dir! Nein, 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 stopp, 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 stopp. Oh. Was? Condor, Condor. Der hat Traitor-Sätze gesagt, Mann. Okay. Was? Traitor-Sätze? Aber wenn ihr mich... Ja, ich hab grad gedacht, der fragt so, ich bin der Traitor und so. Ich hab jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich einfach Condoriano töten sollte und am Ende töte er mich dann... Nein, nein, tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht. Warum nicht? Das ist ein leises Spiel. Am Ende, am Ende sehe ich für dich die Arschkarte. Ich seh's kaum, Alter. Das ist grad grad der Hurensohn. Ja, was hat er denn gemacht? Warum hast du den abgeknallt? Bauchgefühl, er ist unberechenbar. Oh, Bauchgefühl, Lux, mein Ding. Condoriano, warum tötest du schon wieder jemanden? Selka. Oh mein Gott, ich hab ihn fast... Was? Hä, nein. Hä? Hä? Ich geh jetzt sterben, Alter. Also, what the fuck? Hä? Du bist Geburt, hast du mit Traitor gesprochen. Was? Alter, seriously, du... Also, bist du eigentlich im Kopf ein Affe, Alter? Ja, das ist wirklich ein Affe. Wo ist eigentlich die Homing Pigeon? Ich hab den Scudcard seit Sekunde 3 des Games verfolgt und wollte ihn umbringen, weil er am Anfang so einen Satz gesagt hat. Den jedes Mal die Traitor unter euch sagen. Und ich dachte mir so, okay... Ich hab zwar welcher Satz das ist denn, hä? Ich bin Traitor oder so. Ich bin Traitor oder so. Ne, das war jetzt nicht der Satz, aber so in der Art. Ja. Ich hab die Pigeon nicht drin, weil ich fand die ein bisschen lame, weil du musst nix machen und hast einen Kill, aber wenn du unmittelst... Ja. Ne, ist schon okay. Schon okay. Das ist ja nicht so richtig. Äh, jemand ist gestorben. Sehr cool. Selka schießt. Selka schießt. Selka schießt. Ich hab ihn abgeschossen. Proof den mal bitte hier. Ja, prove den mal bitte jemand. Mach das. Was? Oh nein, oh nein. Selka hat grad geschossen. Hä, warum schießt der einfach? Er hat wirklich geschossen. Oh, und hab mich wieder verpasst, Alter. Ich geh mich jetzt wieder erhängen, Alter. Ohne Witz. Ich töte nur noch Innos, Alter. Alter, dieser Selka, der hat gerade wahllos rumgeschossen. Wir haben ihn abgeknallt und er hat sich dann einfach hier schlafen gelegt und war Inno. Wie viele sind Poot jetzt? Skatcat und Selka. Ich glaube Skatcat und Selka und Make. Das heißt, Shimo muss Traitor sein und wir beide sind Inno. Das heißt, wir werden die Traitor gewinnen, weil Skatcat tot ist, das ist immer so. Ne, ich glaube wir sind Inno und Shimo ist der Traitor. Das glaube ich einfach. Also... Shimo? Ja? Du bist doch Traitor, ne? Ich? Jaja, du bist Traitor. Wer weg ist doch. Wie funktioniert das scheiße? Wie funktioniert das, Alter? Was willst du denn machen, Alter? Ich hab's zum ersten Mal gekauft und wollte gucken, wie's klappt. Wie ist das Swap-Ding da? Ja. Das selbe Mal. Mach mal rechtsklick auf mich. Und dann linksklick. Passiert ja nix, passiert ja nix. Damit du mal Bescheid weißt. Ah! Ihr seid solche Reetards. Alter! Was ist da los, Mann? Nächste Runde schieß ich auf keinen, egal. Auch wenn er mich anschießt, ich schieße auf keinen. Das könnte ja der Falsche sein. Was? Das funktioniert nicht, Mann! Gib mal her, Alter. Warte! Right-click on the player to select one. Okay, und ich hab die ganze Zeit linksklickt. Ich bin schon geistesgestört. Also, wer lebt denn noch? Ich leck viel zu hart. Make, lebst du denn noch? Wohl nicht, oder? Halt, nee, Make, hä? Nein! Ich bin so dumm für diese Welt, Alter! Nice! Nice! Gut gemacht, Alter! Hab ich ihn nicht selected? Hab ich ihn nicht selected? Warte, warte, warte! Ich hab ihn doch selected, ich hab ihn doch selected! Wollt ihr mich verarschen? Hä? Was ist passiert? Shimu war trappend. Oder kann ich ihn nicht selecten als... Oder kann ich ihn nicht selecten als... Ich hab dann am Ende verkacktes... Voll retarded. Jungs, ihr seid alle voll retarded. Ich hab mir gedacht, es ist von Doriano. Nice! Ich hab grad geschissen. Ey! Die Runde war einfach Autismus, Jungs. Die Runde war so viel Autismus. Kann mir einer sagen, warum ich Shimu nicht markiert hab? Ich hab ihn doch markiert, Alter. Ich wurde grad vom Crossbow abgeschossen und da ist grad jemand am Fliegen. Was? Wo ist jemand am Fliegen? Ey, Skat kannst du aufhören, Alter? Oder bist du der Trait? Oh, Skatkat ist es. Alter, ich werde verkonturieren und abgeschlossen. Wo ist Skatkat? Wo ist Skatkat? Ja, der ist da draußen! Out of Map, Alter! Der macht Cheats an, Alter! Das ist der Make! Der Make ist es! Ja, ja, kein Stress! Was?! Okay, ich schieße nicht mehr, Alter! Ich geh sterben, Alter. Bevor ich wieder jemanden töte hier. Das ist mir alles viel zu viel, Alter! Das ist mir alles viel zu viel, Alter! Was, da liegt noch einer? Was?! 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 Wie ist aber der Hasse?! Was?! Die waren beide, Inno! Also, Markus, ne? Das ist hier keine gute Situation. Ich hab keinen von beiden erschossen, übrigens. Was ist jetzt? Ach, ach so. Ja, natürlich. Wie wär's mit runterspringen, bevor ihr das nächste Mal swappt? Ist vielleicht ne Idee. Swapp. Ja. Alter. Könnt ihr ihm aufhören, bitte schlecht zu sein, oder so? Das darf nur ich. Oh! Ja. Jetzt mal ganz echt, Make, warum knallst du mich einfach ab? Weil du gemeint hast, Selka schießt auf mich, und er hat dann nichts mehr getan. Hab ich nicht! No! Erstens, hab ich nicht. Doch. Und zweitens, Make knallt mich einfach ab. Well, das ist nicht. Hä? Selka war doch Traitor. Jungs, ich hab alleine alles gemacht, ne? Und das war letzte Runde. Äh, waaat? Ich glaub, das Geldgeld hat einfach nix gemacht. Ich erinnere mich nicht mal daran, dass ich diese Runde gesagt hätte, Selka schießt. Nein. Ich hab, glaub ich, nur Shimo abgeknallt. Ach so. Ja, Make hat mich abgeknallt. Ich hab, ich hab gewartet, dass Avatar Dings gekillt, dann ist Make oder so. Ich hab niemanden angeschossen. Make hat einfach mich abgeknallt. Ja, ich mein, ja. Einer von euch beiden hat gekämpft, danach bin ich gekämpft. Ja, ja. Make hat mich angeschossen. Und ich hab mir so gedacht, Make, was soll das? Deswegen hab ich gesagt, Make ist es. Weil zwei Traitor, die Chancen sind sehr hoch. Nein, wird das viel besser. Dann hab ich zurückgeschossen, wurde erschossen. Und dann hab ich mir so, jo. Geil. Weißt du was, Condor? Ich glaub, es ist ein Make und Hasen. Selka schießt, Selka schießt. Jetzt, ernsthaft. Wieder. Okay, es ist Hasen. Schüttet ihr euch wieder gegenseitig, oder was, ey? Das war wegen davor. Bauchgefühl. Oh. Wunderbar, Selka, Alter. Was? Ich trau dem nicht. Okay, er war inno. So ein Opfer. Warte, wer lebt noch? Wer lebt noch? Selka, du bist so ein Retard, Alter. Bring mir doch bitte das Leben in real life. Bitte. Bauchgefühl. So ein Spaß, Alter. Danke auch. Egal, Mann, Selka, wir haben beide scheiß Bauchgefühl. Ich glaub, es ist Markus. Bauchgefühl. 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 Oh, fuck. Es sind locker Markus und Heuer. Fuck. Minus eins. Ey, das ist locker der Scud-Cut, der Traitor. Ey, bitte geschickt mich in Super Saiyajin-Modus. Schickt mich in Super Saiyajin-Modus. Schickt mich in den Scud-Cut als Traitor. Super Saiyajin-Modus. Nein! Warum? Jetzt, wo du mein Mate bist, Alter. Nein, Super Saiyajin-Modus. Das mach ich aber auch immer. So eine Person mit der Silent daneben schießen. Und dann sterben. Die Map ist einfach viel zu... Da gibt's nichts zum Unterfallen, Alter. Ja, vor allem, wenn Selka einfach auf mich zukommt, mich abknallt als Inno. Und ich dann Karma verlieren, weil ich zurückschieße. Ich hab einfach wieder nichts gemacht. Ich hab einfach keinen getötet, außer Make. Und die hab dich wieder gegenseitig getötet, Alter. Ich glaub, ich hätte nicht mal was machen müssen. Selka kommt auf mich zu und schieß drum. Ich glaub, ich hätte nicht mal was... Alter, es lag ein bisschen. War ich auch? Ja, das war aber nur wegen Anfang. Ey, Mann! Ich hatte doch grad so einen schönen... Weißt du, was du gleich hast? Eine Kugel im Kopf. Oh! Ich schwör. Ich schwör. Ich schwör auf... Ich bin bei Make, wenn ich jetzt gleich nichts mehr sage, dann ist es Make. Scutcut. Make, 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 Make. Äh... Condor? Ey, ich hab grad einen Traitor erschossen. Hallo? Ach so. Erstmal drauf... Erstmal weiter drauf schießen, Alter. Ja, keine Ahnung. Ich hab ihn einfach nur jemanden erschießen sehen. Ja, das kenn ich. Okay. Erlebt ihn noch. Es ist Make. Ich glaub mal, es ist Make. Die Innos gewinnen, die Innos gewinnen. Ey, warum ich... Ey, können wir erstmal... Erst nach... Wenn wir Indizien haben, irgendwie schießen oder so? Weil ich will... Er weiß nicht, okay. Äh... Okay, Markus. Er hat nicht gesagt, warum er auf Con auf Ding schießt. Tut mir leid, aber... Wollen wir einen Traitor töten als Traitor? Hä? Wer weiß, wo soll ich wissen, dass Seltsuk... Condor war Proven Innocent. Ich hatte keine Ahnung, wer den getötet hat. Er ist einfach zu mir gekommen und hat auf mich geschossen. Ich glaub, wegen der vorherige Runde. Markus, bitte. Vielleicht Rache. Hä, was? Ich krieg den. Hä, was macht ihr? Nein, Mann, Alter. Ich glaub, wir sind alle zu bummig für diese Schollspiele. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Selka, du bist kaputt. Oh mein Gott, Luke... Meine Kamera geht grad so flöten, Alter. Warum hast du auch nicht geschossen? Warum? Ich versteh's alles nicht, Alter. Keine Ahnung, Selka. Ich glaub, ich werd grad einfach zu dumm für das Spiel, Mann. Ich glaub, ich versteck mich jetzt in der Ecke. Ich glaub, ich versteck mich jetzt in der Ecke und heule oder sowas, Alter. Markus, du bist nicht zu dumm für das Spiel, die anderen sind alle nur Autistik. Ich hab nichts gemacht. Ja, jeder ist hier grad autistisch. Warte, Jimo, hast du mich eigentlich getötet? Nein. Okay. Wenigstens, wenigstens einer, Alter. Hä? Echt nicht? Ich dachte? Ja, ich dachte auch. Shimu? Also ich war's nicht. Shimu? Dann warst du's. Ich, das ist alle berätet, Alter. Shimu war's. Dann war's Shimu, der mich... Alter. Ohne witzig, halt, aggressiv, ey. Jetzt hör ich schon wieder keinen, Alter. War so klar, war so klar. Kondor war tief. Meg, Meg. Bist du Silent Off? Traitor-Verhalten, irgendwann muss er ja einer sein. Ich glaub, die Map ist einfach zu klein für so wenige Spiele. Hm, ja. Aber deswegen ist's ja auch irgendwie... Ich glaub, ich krieg vielleicht Krebs. Wer hat Kondor getötet, damit ich weiß, wer wenigstens proven ist? Das war ich. Ich glaub, der, der danach erschossen wurde und innocent war, hat Kondor erschossen. Aber ich bin mir nicht sicher. Da ist GetCat. Damit ich wenigstens von einem weiß, den ich nicht tut. Von Snake und... Wo ist Markus? Ich bin hier hinten bei der Leiche von Kondoriano in der Nähe. Hier, hier, hier. Ja, ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen, Mann. Oh, wurde jemand erschossen? Nein, Markus hat auch nicht... Ich hab nur in die Luft... Chill, Alter, ich hab in die Luft geschossen, damit du mich schießt. Na, SkateCat, bist du öfters hier? Nein, eigentlich nicht. Ich geh auch wieder um. Oh Gott. Oh Gott. Meg, weißt du was, soll ich mir einen Server-Trick zeigen? Gerne. Das war der Sprung. Ich dachte erst, der Zauber-Trick war der Sprung. Ja, das sollte eigentlich ein 360 werden, aber das hat nicht ganz geklappt. Ja, glaub ich auch. To be honest. Wie schießt ihr denn auf mich bitte? Was war das für ein Autismus wieder? Der ADM hier rum, wie scheiße gerade alle. Endlich hab ich mal den richtigen getötet, Alter. Ich wollt nur kurz aus dem Ball weg haben. Alter. So viel Clown-Fiesta. Markus. Mhm. Ich hab in die Richtung gesehen, wo du warst, ne? Mhm. Die Schüsse kamen aus dem Nix. Da war wirklich Nix. Niemand. Die Schüsse? Meine Schüsse? Deine Schüsse kamen aus dem Nix. Ich stand neben dir. Nein, da war niemand, da war niemand. Ich hab doch extra hingeschaut, da war niemand. Achso, du meinst mein Cheat, mein Ghost-Cheat? Genau. Servus. Okay, die Missgeburt von da hinten hat mich grad angeschossen. Jungs, ich wurde angeschossen, ne? Wer, wer, kannst du einen Namen nennen? Ich tippe auf Scudcut, es war Selka, ne, Selka, doch Selka war's. Was, ich war's? Nein, ich war's nicht. Der da oben hat mich angeschossen und ist da runtergesprungen. Wurde von irgendjemand auch angeschossen. Selka ist runtergefallen. Wer ist grad von oben runtergefallen und hat mich vorher angeschossen? Ich glaub, Selka war's. Also Selka war's badly wounded? Ja. Derjenige, der mich angeschossen hat. Ich wurde angeschossen. Ich wurde angeschossen. Selka, dafür, dass du lügst, schieß ich jetzt in deinen Kopf. Wow. Äh, irgendjemand ist grad gestorben oder so, ich, ich prove mal, äh, ich schau mal kurz nach, was es ist. Ist ja... Alter, Shimu Lenker. Es ist auch hurtig. Von Oriano wurde von einem Messer getötet. Oh nein! Nein! Shimu hat geschossen. What the fuck? Okay, wow. Äh. Wer von beiden ist es? Ich warte, bis einer stirbt. Mike, 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 Mike. Wow. Alter, Selka konnte einfach... Wie gesagt, ich warte, bis einer stirbt. Ich will nicht wieder eine falsche Töne sagen. Oder es war der Mike, der mich angeschossen hat, runtergesprungen ist, oder? Nein, nein, war ich nicht. Dann war es Selka. Ich hab gesehen, wie du immer von meinen Augen angeschossen hast. Ich dachte erst, Mike war's. Und dann hab ich Selka bei dir wundet gesehen. Oh, das Messer hast du ja nicht. Mike, wieso hast du mich eigentlich getötet? Weil er Traitor war? Ja. Ich dachte gerade so. Ah, nein. Ich dachte gerade. Alter, er schießt gerade rum wie ein Autismus. Können wir diesen Autismus mal irgendwie unterlassen? Oh, Max, kommt out in. Seljuk, ist es? Seljuk, Seljuk! What the fuck? Wie könnt ihr... Er ist inno! Alter, es geht einfach schon wieder los. Es war einfach eine Sekunde auf der Uhr. Und schon sind wieder wie viele Leute gestorben. Was macht ihr? Was? Wie kill ich mich selbst? Wie kill ich mich selbst? Aua! Drück und type kill. Markus klingt einfach wie so ein enttäuschter Älterteil. Ah! Jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn los? Ich wollte einfach nur ganz gechillt eine Traitorunde machen. Da musste ich einfach nur einen töten. Welcher Autismus hat angefangen zu schießen? Ich musste nur einen töten. Bei einer Runde mit sechs Leuten. Und wir haben gewonnen. Einfach so. Jungs! 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 Ich sehe einfach, dass Arbat auf Make schießt. Ich schieße auf den Arsch. Ja, aber davor wurde ich ja angeschossen. Ich habe also... Wer von euch ist rausgeflogen? Wer von... Irgendeiner ist glaube ich rausgeflogen. Kann es sein. Ich habe Schaden bekommen. Hab gedacht, Make war das. Dann habe ich Make angeflossen. Ah ne, okay. War nur ein Bug, okay. Und Make hat dann angefangen mich zurück... Markus, ich will dich jetzt töten aus Prinzip, aber ich darf das nicht. Wieso? Was habe ich denn jetzt schon... Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich war doch nur ein ganz lieber Traitor, der erstmal seine Waffen gesucht hat. Und dann waren schon alle bis auf einer tot, Alter. Was? 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 Die Runde davor. Oh, nein. Ich bin jetzt. Ja, jetzt bin ich leider kein Traitor. Ich wurde angeschossen. Ich habe einen HP verloren. Was? Ich habe dieses Dings hier. Virus. Ich habe diese Virus. Ich schieße einfach. Äh, was? Von... Wer ist in deiner Nähe? Wer ist in deiner Nähe alles? Äh, äh, äh. Kondor. Wer ist alles... Kondor? Ich habe den Moni. Kondor. Ja, ich warte mal bis er rauskommt, oder so. Achtung, hinter dir ist Elchuk. Skatkat und Kondor. Eh net. Eh net, Alter. Achso, war der Baseballschläger nur ein Messer und es sah so aus, oder wie? Ja. Das wird es auch besser machen. Ach, leck mich am Arsch, Alter. Ich wollte eigentlich... Ja, ich hatte nur noch 10 Leben, Alter. Und ich spiele gegen Mike, Alter. Was soll ich da machen? Was homerunst du meinen Prey weg, Alter? Ich glaub, die Web ist zu klein. Jungs. Ich glaub, wir sind zu autistisch für dieses Spiel. Wow. Ich glaub, dass wir viel zu autistisch für dieses Spiel sind. Das ist der Punkt. Alter, wo Stimo gelandet ist, Mann. Ja, Alter. Der ist weggeflogen. Was sind diese Runden? Immerhin sind die Runden, wo Skatkat Trader ist, nicht so autistisch. Das ist das erste Video, was unter 10 Minuten geht bestimmt, Alter. Immerhin so drei Runden. Die immer schon hochladen werden, weil es zu autistisch ist. Wobei es mich durchaus schon relativ witzig finde ich. Ich find das grad schon irgendwie lustig. Ich glaub, man darf auf YouTube keinen offensiven Content hochladen. Das ist ja offensiv. Ja, halt. Skat. Ich hab ihn abgeknallt. Skat hat mir... Wer ist Skat? Wer ist Skat? Skatkat. Mein. Skatkat. Ach, du meinst Skatkat? Oh, Skatkat. Ah, okay. Dieser Wichser! Dieser Wichser! Der hat mir einen Schuss gegeben. Ich hab ihm einen Händer gegeben und dann... Und dann war er es nicht. Dann war er es halt einfach nicht. Ja, das musst du... Shimo ist der, Shimo ist es! Wenn du angeschossen bist von jemandem, musst du ihn ganz höflich fragen, bist du Traitor? Und erst dann darfst du ihn töten. Auf dieser Map. Okay, Shimo hat mich angeschossen. Ich hab ihn abgeknallt. Okay, Shimo hat dich angeschossen. Dann fragen wir jetzt ganz höflich, Shimo bist du Traitor. Ja, ich hab Shimo abgeknallt und er war Traitor. Achso. Markus. Wir haben auch keine Hobbys. Baut auf. Seltschökel, geh weg. Warum schießt du mich ab? Hey, du hast geschummelt. Nein. Weil du der letzte bist, mein Freund. Du bist jetzt der letzte Traitor. Ja, ne, ne? Weißt du, das ist echt gemein von dir, ne? Weißt du das? Bin ich... Warum schießt du auf... Nein! Oh, scheiße, sorry. Das ist ja grad Panic, Alter. Ich hab das M gesehen und dachte, es wäre Make. Achso, du hast auf mich gef... Oh, das ist auf die Panic, Alter. Ich wusste, ich wusste, dass du es nicht bist. Fuck. Ja, ich weiß. Oh. Goodbye, Crew World, Alter. Was ist, was Seltschökel? Was ist, Seltschökel? Was ist, Seltschökel? Ja. Oh mein Gott, ich dachte, der wäre gestorben, deswegen dachte ich Make is this. Ey, also der Showdown. Ich wusste, Markus ist es nicht und ich dachte Seltschökel, hab ich Make abgeknallt. Ey, Leute. Wichser. Oh mein Gott. Und wegen der Showdown, Schimu und Konoriano war so schlecht. Eigentlich können wir uns auch direkt in der Mitte treffen, uns in den Kreis stellen und einfach jeder drückt einmal ab und wer dann überlebt hat gewonnen, so. Ich mein, mehr ist das grad nicht. Das ist grad einfach nur Deathmatch, Alter. Lass den Kreis aufstellen. Lass den. Lass den. Okay. Kommt der Kreis, der Kreis. Ich möchte den, ich möchte den Trigger auf Scudcut haben. Ich möchte den Trigger auf Scudcut haben. Und ich möchte, dass Make den Trigger auf mich hat. Ne, 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 ne. Man kann sich nicht. Markus, so. Markus hat den Trigger auf mich. Und ich möchte bei Scudcut sein. Okay, Jungs. Gekillt. Ich hab einfach den Traitor umgebracht, der da unten war. Make, glaub ich. Ey, Mann, warum ist Schimu in meinem Arm? Wer, wer hat grad die Jihad gezündet? Ich weiß es nicht. Ohne jemanden zu killen, Make. Ich dachte, wir machen einen Kreis. Was? Dafür müssen doch erstmal alle da sein. Wie sagt euch, ich will kurz ne Waffe holen. Make, halt so die Augen zu drehen, der Kreis ist da. Ganz ehrlich, diese Folge muss hochgeladen werden mit dem Kugel Autismus. Alter. Gut, Leute. Wir hoffen, wie man es euch gefallen hat. Lass den mir ne Wert und da ein Abo wär auch. Na, so dann sehen wir uns im nächsten Video. Jungs. Ciao. Nächstes Video wird nicht so autistisch. Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.